Die Einführung der Rebellus aus Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts hätte fast das Ende der Weihproduktion im Baselbiet bedeuten. Heute ist die Rebfläche nicht mehr ganz so gross wie früher. Einerseits wird mit geschickter Handarbeit und viel Liebe zum Detail der traditionelle Rebbau gepflegt. Andererseits werden modernste technische Mittel zur Produktion von qualitativ hochwertigen Weih eingesetzt. Die Siebendupf ist die grösste Kellerei in der Region. Neben dem eigenen Traubengut wird die Ernte von mehr als 100 Rebbauern vinifiziert. Einer davon ist der Peter Graf von Brattle. Anfang Oktober treffen wir den Kellermeister Thomas Engel im Rebberg. Als Kellermeister der Siebendupf-Kellerei in Liestl mache ich hier in einem Vertragsrebberg eine Erntekontrolle, circa eine Woche vor der Ernte. Ich schaue durch und schaue, wie viel Ertrag das etwa hängt und schaue auch vom Gesundheitszustand der Trauben, wenn das etwa die Ernte sein wird, wenn wir die Trauben abschneiden. Jetzt sind wir auf einer Rebbarzelle von der Siebendupf AG. Ich zeige euch jetzt hier im Rebberg, welche Trauben Sie in die Kiste schneiden dürfen und welche, dass Sie besser am Boden schneiden. Wir haben hier Pinot Noir-Trauben. Wir haben heute gutes Licht zum Herbst. Wir sehen hier tiptop, welche Trauben da einen Schimmelpilz drauf haben und die stäubt jetzt auch gerade. Die müssen sicher weg. Wir müssen die Trauben eigentlich so rausschneiden, damit die stäubigen Bären am Boden fallen und nicht so schaben, dass es über die ganz schönen Trauben rüber geht. Und man kann auch mal einen Trauben, wenn man nicht sicher ist, einfach so nehmen und halbieren. Dann sieht man hier drin rein, dann sieht man, was genau weg muss alles. Und wenn wir diese alle Bären dann ausgenommen haben, dann können wir sie dann ins Kiste legen. Zabig wird die Traubenernte in die Kalerei gebracht. Ich notiere hier Gewichte von den Traubenposten, die angeliefert werden, damit wir später auch noch wissen, wie viel Wein es gut hat. Oder eher nachdem, wenn sie die Trauben verkaufen, wie viel Geld das jetzt zu tun hat. Später werden dann auch noch Döcksel gemessen. Das gibt uns dann einen Ausschluss darauf, wie viel das ausgezahlt wird. Zuerst werden die Traubenbären von der Stille getrennt. Hier wird Döcksel gerademässig vorbereitet. Beim Rotwein werden die Traubenbären und der Saft nach der Entsteilung im Maischen-Tank gepumpt. Hier wird ein solcher Tank vorbereitet. Bei der Gärung im Maischen-Tank werden die roten Farbstoffe, Tanin und weitere Aromastoffe aus der Bärenschale herausgelöst. Für die Gärung braucht es Hefezellen. Die sind natürlicherweise in der Traube vorhanden. Um aber den Gärprozess zu beschleunigen und besser zu kontrollieren, wird Hefe zugefügt. Hier die Vorbereitung für die Hefe-Lösung. Das ist kein Geheimnis mit der Hefe. Hier gibt es so viele verschiedene. Und jeder hat so ein bisschen seine Favoriten. Aber ich nehme jetzt diese hier für das. Hier nehmen wir jetzt vier Päckchen. Und jeder kann das Hefe heben. Es geht um die Richtigkeit für die Bären. Wir können jetzt noch mal sehen, dass wir den Schatten noch einmal reichen können. Und die Hälfte ist ja unter der wichtigsten Hälfte, die wir haben. Jetzt muss man die so 20 Minuten noch ziehen lassen. Man kann richtig schön sehen, wie das Teufel hier von der Quelle und etwa in 10 Minuten kommt sie dann so weit, dass sie fast aus dem Kübel raus schaumt und dann müssen wir sie noch einmal aufrühren und oben in den Tank hineingeben. Dankeschön. Ja, ist gut. Merci. Jetzt pumpen wir hier noch kurz rund. Das heisst, wir pumpen ein wenig Saft von unten oben übersprühen, damit die Hefe voll im Ost drin liegt, damit sie arbeiten kann. Heute pressen wir einen Tank, der während 5 Tagen die meisten vergaren ist, drinnen, abpressen. Das heisst, wir ziehen unten den Saft weg. Der geht dann nachher über die Pumpe auf die Presse. Der fast fertig vergarene Jungwein wird auf die Presse der Traubenschale und Kerne trennt und dies anschliessend aus der Wanne mit der helfenden Keller in den Tank, wo die Gärung abgeschlossen wird. Wenn nachher der ganze Sack vom Tank draussen ist, dann haben wir ja nur noch den festen Bestandteil, die sogenannte Maschen drinnen. Und für das nehmen wir dann den Schlauch weg, machen das Türchen auf und stellen einen Stand unten dran, wo wir dann die Maschen mit einer Gabel rausziehen, in den Stand hinein und dann die Maschen mit dem Stand und mit dem Stapler oben in die Presse hineinkippen. Hier pumpen wir dann nicht mehr, weil bei einer vergaren Maschen pumpen würde man so viel noch grüne oder Tonine raus holen, die man nicht möchte, dass man das nicht macht. Das sieht man hier schön unten hinein in den Maschen-Gär-Tank mit der Masche und oben an der Decke sieht man das Paddel montiert. Das Paddel kann man dann so einstellen, dass das die Masche jeweils in den Saft drückt, damit die Masche nicht austrocknet. Das kann ich programmieren, dass sich alle 5 Stunden 2-3 Mal das Paddel sich gegenüber bewegt und so wir die Maschen immer schön stösseln. Wir haben hier noch eine Pumpie an diesem Tank montiert, wo wir den Saft rundpumpen können. Mit dem arbeiten wir eigentlich fast noch mehr als mit dem Paddel. Das heisst, wir saugen hier den Saft an und das geht über die Pumpie, über das Rohr oben und oben verteilt es uns schön über den Maschenhut. Das ist ein weiteres Instrument, dass wir den Maschenhut immer feucht halten können, damit er uns nicht austrocknet und dass wir so die Inhaltsstoffe aus dem Maschenhut auslösen können. Während dieser Woche, wo jetzt der Wein da drin vergoren ist, in dieser Zeit holen wir das ganze Potenzial, das wir in den Trauben, das wir uns im Rettberg erschaffen haben, holen wir hier raus. Oder wir verschenken es eben auch, indem wir den Wein vielleicht zu früh anpressen oder dass wir zu lang warten und dann nachher durch das grüne Gerbstoffe auslösen oder unreife Sachen, die wir nicht möchten. Das ist jetzt eigentlich die Kunst, das Erntegut so einzuschätzen, dass man nachher auch die Gärung dementsprechend anpasst und dann auch reagiert, wenn es nachher ist. Der Saft zusammen mit den Hefen sind nach dem Abpressen in einem von diesen Gärtanks im Keller gepumpt worden. Da ist Gärung, die im Maschen Tank angefangen hat, zu Ende geführt worden. Das heisst, alle Zucker, die noch vorhanden waren, ist jetzt zu Alkohol vergärt und wir haben den Wein im engeren Sinn. Der Wein, den wir letztens abgepressten haben, war jetzt in diesem Tank für etwa eine Woche, als wir die Hefe absetzen lassen haben. Das heisst, wir möchten gerne, dass der Wein eine erste Klärung macht, dass wir die grobe Hefe abtrennen können. Und das machen wir dadurch, dass wir jetzt hier beim Klarablauf den Wein abziehen und über das Becken laufen, und unten nachher der trübe Teil, also das heisst die Grobhefe, die läuft dann nachher über den Filter. Wir sehen jetzt auch die Temperatur. Der Wein hat jetzt momentan 20 Grad. Als er runtergekommen ist, das heisst, als er eigentlich noch leicht am Gären war, hat er etwa noch 3-24 Grad gehabt. Während der Gärung hier oben im Maschen Gärtank hatte er ungefähr 30 Grad gehabt. Und jetzt ist die Gärung das Ende und der Wein passt sich jetzt eigentlich die Kellertemperatur an. Das heisst, er geht irgendwie auf 14-15 Grad runter. Wein machen ist etwas, das auch Geduld braucht. Es hat immer wieder Phasen in der Weinbereitung, wie jetzt zum Beispiel das Absetzelob oder Hebe, wo man einfach mal eine Woche Zeit braucht. Da müssen wir eigentlich gar nicht viel machen. Wir müssen die ganzen Prozesse, die abläuft, einfach überwachen, dass der Wein immer gut schmeckt und nötigenfalls müssen wir dann reagieren. Ich nehme jetzt hier aus dem Tank heraus ein Muster in so ein kleines Fläschchen hinein. Das schicken wir jetzt ins Labor. Weil wir wollen wissen, wo stehen wir jetzt mit dem Wein zum jetzigen Zeitpunkt. Das heisst, wir lassen hier untersuchen, wie viel Äpfelsäure er drin hat. Hat er schon Milchsäure drin? Das heisst, hat der PSA schon angefangen? Wie viel Weinsäure haben wir? Wir möchten gerne auch vielleicht jetzt schon mal wissen, wie viel Alkohol hat der Wein. Und das sind Parameter, die uns nachher helfen, um die weiteren Entscheidungen zu treffen. Jetzt lassen wir hier die Pumpe an. Wir ziehen jetzt den Wein übers Becken offen. Das heisst, das ist eigentlich der erste Abstieg. Machen wir einen offenen Umzug. Das Sieb haben wir dazwischen gehängt, um allfällige Bären, die vielleicht noch drin sind, um die definitiv entfernen zu können. Wir tun jetzt hier eine gewisse Sauerstoffaufnahme im Wein auch. Eine erste. Und der Wein, der nachher im Becken ist, der läuft dann schlussendlich in den Tank hinein, wo er dann zum Ausbau und zum biologischen Säureabbau drin ist. Wir sehen jetzt von der Seite her, wie sich der Wein zusammenzieht und auf der Seite die Hefe zum Vorschein kommt. Deutlich zu erkennen am Farbeunterschied. Der Wein in der Mitte ist relativ dunkel und die Hefe, die dann aussen zum Vorschein kommt, die ist hell. Wir pumpen jetzt die Hefe hier im Tank in den 800 Liter Tank hinein. Der hat unten so einen schönen Auslauf, wo die Hefe gut ausläuft. Von daher ziehen wir es nachher auf Filterpresse. Und da passiert jetzt eigentlich das, dass wir in diesen Schichten, in diesem Tuchfilter, die festen Bestandteile der Hefe vom Wein trennen. Was nachher rauskommt und dann ins Becken läuft, das ist wirklich klare Wein. Wir ziehen jetzt den Wein oben runter, aus dem Becken. Durch die Leitung durch fliesst er hier in einen von diesen 6000er Tanken. In diesen Tanken bleibt der Wein dann einige Wochen liegen. In dieser Zeit läuft auch der biologische Säureabbau ab. Das ist eine ganz wichtige Phase in der Produktion von modernem Rotwein. Wir sind jetzt hier wieder im Keller der Siebendopfen in Liestl. Wir haben mittlerweile Anfang Januar. Die Wein machen jetzt den biologischen Säureabbau. Für das haben wir den Keller auf 19-20 Grad erwärmt. Die Bakterien, die hier arbeiten, brauchen die Temperatur, um die Töpfelsäure in die Milchsäure umwandeln zu können. Das ist eigentlich die Hauptsache, die bei diesem biologischen Säureabbau von uns auch immer wieder als BSA betitelt, was hier passiert. Der Effekt eigentlich von dem biologischen Säureabbau ist, dass wir die spitzige oder die recht frische Öpfelsäure umwandeln lassen durch Bakterien in Milchsäure, die viel, viel milder wirkt. Das heisst, der Wein bekommt eigentlich ein breiteres Mauffeeling und die Säure geht spürbar zurück. Das ist vor allem beim Rotwein, beim Pinot Noir, ist das sehr erwünscht. Früher vielleicht hat man auf das noch nicht so grossen Wert gelegt oder anders gesagt, man wusste gar nicht, was genau mit dem Wein passiert. Und darum vielleicht auch die Erinnerung an den sauren Wein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man früher einfach den Wein irgendwann einmal eingeschweifelt hat und ein paar Wein haben vielleicht den biologischen Säureabbau gemacht zu diesem Zeitpunkt und ein paar nicht. Und wenn man dann natürlich Schwefel in den Wein rein gibt, von denen ist biologischer Säureabbau gegessen. Da passiert gar nichts mehr. Die Bakterien arbeiten nicht mehr, sobald sie mit dem Schwefel in Kontakt kommen. Wir haben jetzt Mitte März. Der biologische Säureabbau ist durch. Wir haben den Wein jetzt langsam mit dem Schwefel stabilisieren. Und was wir jetzt machen, ist mit dem Crossflow-Filter den Wein klar machen. Das heisst, wir entfernen die Truppartikel und Heferreste aus dem Wein so dass er dann glanzklar wird. Das ist eigentlich der Schritt, der jetzt im Moment am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Und nachher sind die Weine quasi nur noch. Wir müssen sie dann einfach noch stabilisieren im Schwefel. Und das heisst, in der Ausbauphase der Wein muss noch etwas reifen und nachher kann man ihn dann abfüllen. Wir sind heute zusammengekommen Ende März zum Jungwein degustieren. Wir haben hier alles Weinbauern eingeladen, die uns Trauben liefern. Und wir kommen jetzt zum ersten Mal in Genuss vom neuen Wein zu probieren. Der Wein ist jetzt filtriert. Das ist sehr wichtig, dass wir den Wein nicht dann schon probieren, wenn er noch drüben ist. Weil es ist schwieriger und es braucht dann auch extrem viel mehr Erfahrung, um den Wein zu beurteilen. Jetzt kann man sagen, ist der Wein eigentlich soweit, wie wir ihn dann bald einmal auf Flaschen füllen. Jetzt diskutieren wir, ob irgendjemand noch einen Einwand hat, ob er vielleicht noch zu viel Säure hat oder beim Fahrt nicht passt. Oder was auch immer. Und dann können wir nachher schauen, wie wir das machen, bis es dabei auf die Flaschen kommt. Zum Wohl! Zum Wohl miteinander! Wir haben jetzt Ende Mai und wir sind hier in der Abfüllerei von der Siebentopf-Kellerei in Wiestl, wo wir im Moment gerade den Bratteler Pinot Noir in Halbliterflaschen abfüllen. Hier wird jetzt aus der Flasche die Luft entzogen und durch Stickstoff ersetzt, damit wir möglichst keine Oxidation mehr auf der Flasche haben. Und hier sehen wir, wie drei Verschlüsse aufgesetzt werden und anschliessend mit diesem Rollkopf angerollt werden. Die Pflege vom Kulturgut Wein hat bei der Siebentopf-Kellerei in Wiestl eine lange Tradition. Wir widmen uns dieser schönen Aufgabe seit 140 Jahren der Firmengründung. Als grösste Baselbieter Kellerei mit modernen technischen Einrichtungen haben wir natürlich auch eine klare Orientierung, klare Wertvorstellungen. Wir haben die zusammengefasst in drei Begriffe, Charakter, Qualität und Nuss. Wir meinen damit, dass wir charakterstarke Wein herstellen, dass sie qualitativ einwandfrei sind und dass der Konsument beim Trinken einen Genuss hat. Unsere rund 30 Mitarbeiter engagieren sich für diese Ziele mit grosser Begeisterung. Ich habe eine Hochachtung davon. Mit einem hohen Fachwissen und mit einem handwerklichen Können. nur so ist es möglich, dass wir jedes Jahr Traubenarm von rund 100 Rebbauern übernehmen, durch den Winter, durch bis im frühen, Sommer winifizieren und einen genussvollen Wein herstellen. Wir gehen regelmässig an nationale und internationale Veranstaltungen, lassen unsere Wein prämieren und die Medaillen, die wir nach Hause bringen, bestätigen uns, dass wir uns bei den Besten einreihen dürfen. Das erfüllt uns mit Stolz und gibt uns eine Zuversicht. mit Stolz